Keine Lust auf Bundestrainer? Nagelsmann reizt der FB-Job scheinbar nicht. Nach dem Rücktritt von Trainer Hansi Flick fragt sich die gesamte deutsche Fußballwelt, wer das DFB-Team im nächsten Jahr zur Heim-EM führen wird. Aktuellen Medienberichten zufolge gilt Julian Nagelsmann als Spitzenkandidat für die Nachfolge von Flick. Allerdings scheint der 36-Jährige keine große Lust zu haben, Nationaltrainer zu werden. Schon vor der 1-4-Niederlage gegen Japan kursierte der Name Julian Nagelsmann im Deutschen Fußballbund. Nagelsmann ist ein junger Trainer, der progressiven Fußball vertritt. Der Grund liegt auf der Hand. Zudem könnte der ehemalige Bayern-Trainer theoretisch sofort spielbereit sein. Wie Bild berichtet, steht Nagelsmann ganz oben auf der Wunschliste des DFB und gilt als Spitzenreiter. Die Frage ist nur, ob Nagelsmann wirklich Nationaltrainer werden will. 36 Jahre ist er noch nicht so weit. Wie Sky berichtet, ist es fraglich, ob Nagelsmann überhaupt Interesse daran hat, Nationaltrainer des DFB zu werden. Der ehemalige Bayern-Trainer lehnte im Sommer attraktive Angebote aus London, Paris und Neapel ab. Berichten zufolge wird Nagelsmann nach seinem Abgang beim deutschen Rekordmeister nichts überstürzen und sich bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers Zeit lassen. Laut TV-Experte Lothar Matthäus wäre es für Nagelsmann zu diesem Zeitpunkt noch zu früh, Nationaltrainer zu werden. Team, sagte er und betonte, dass er ein rekordverdächtiger Nationalspieler sei. Klar ist, Nagelsmann wird sich auf jeden Fall mit dem DFB treffen und sich anhören, welche Pläne und Ideen die Spitzenfunktionäre haben. Das Scheitern der Verhandlungen mit Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur zeigt jedoch, dass der Fußballmanager eine ganz klare Vorstellung davon hat, was er will und was nicht.